Kultur gehört erlebt. Logos Glauben und Zweifeln Prelat Ignaz Seipel begann mit der Führung eines Tagebuchs im Jahre 1916. Er war damals Universitätsprofessor für Moraltheologie an der Universität Salzburg. Ein Priester als Bundeskanzler. Es geht in erster Linie schon um eine Kontrolle des geistlichen Lebens, des Innenlebens von Prelat Seipel, zum anderen auch um seine geleistete Arbeit. Der lange Schatten von Prelat Ignaz Seipel. Also ich würde das nicht nur bei ihm verankern, aber die starke katholische Prägung, die dieses Land jetzt auch auf einer kulturellen Ebene nach wie vor hat, die lässt sich natürlich schon auch darauf zurückführen. Und auch die enge Verbindung zwischen der ÖVP und der katholischen Kirche, die ja mittlerweile auch nicht mehr so eng ist, aber die doch dieses Land sehr geprägt hat. Auch die hat da sicher ihre Ursprünge. Donnerstag, 29. Juli 1920. Heute will ich über meine verschiedenen Ämter nachdenken. Erstens Abgeordneter. Zweitens Superior. Drittens Professor. Viertens Leiter der Caritas Sozialis. Vor allem und über allem müsste doch der Priester stehen. Eine Sendung von Markus Weinfurter. Mit seiner Berufung als Priester hat der Politiker Ignaz Seipel von Anfang an gerungen, wie ein erstes Zitat aus seinem Tagebuch bereits angedeutet hat. Tag für Tag gibt er sich selber Rechenschaft, wie die Historikerin Michaela Sohn-Kronthaler gleich zu Beginn der Sendung gesagt hat. Und er hinterlässt damit ein ausgesprochen spirituelles Selbstzeugnis. Wie kein anderer personifiziert Bundeskanzler Ignaz Seipel den politischen Katholizismus dieser Zeit in Österreich, der noch lange nachwirken sollte. Als Priesterpolitiker steht er neben anderen Persönlichkeiten wie Luigi Sturzo in Italien oder Ludwig Kahrs in Deutschland, um nur zwei internationale Beispiele zu nennen. Die Theologin Regina Pollack benennt aus heutiger Sicht zwei wesentliche inhaltliche Kritikpunkte. Das eine ist einmal, ich meine, der war ein Kind seiner Zeit, ist dieses autoritäre Politikverständnis. Und die andere Facette, aber das haben wir auch nicht nur in Österreich, ist einfach dieser unglaubliche Affekt gegen alles, was von links kommt, was sich darauf zurückführen lässt, dass die marxistische Ideologie oder der Kommunismus, E.U.I.P. so atheistisch sind. Und dieser Atheismus war auch dem Seipel und vielen anderen ein Diatikatorn im Auge, dass man nicht gesehen hat, dass es da in diesen politischen Anliegen, Stichwort Gerechtigkeit und Gleichheit und Verteilung, durchaus Überlappungen mit der christlichen Botschaft gibt. Die Person Ignaz Seipel wird bis heute kontroversiell diskutiert. Auf der einen Seite steht 1922 die Völkerbundanleihe. Mit 650 Millionen Goldkronen und einem radikalen Sparkurs unter internationaler Aufsicht wird die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg beendet, das Budget saniert und die Einführung des Schillings statt der Krone vorbereitet. Auf der anderen Seite steht der Prelat ohne Milde seit dem Justizpalastbrand am 15. Juli 1927. Das Unheil beginnt Monate davor in Schattendorf im Burgenland. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen dem Republikanischen Schutzbund, dem bewaffneten Arm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der Frontkämpfervereinigung vom rechten Rand des politischen Spektrums werden ein Mann und ein sechsjähriger Bub getötet. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter endet mit einem Freispruch, der in Wien einen regelrechten Volksaufstand auslöst. Der Justizpalast, gleich neben dem Parlament, wird gestürmt und angezündet. Die Polizei schießt in die Menge, mehr als 80 Menschen kommen ums Leben. Viele machen dem Bundeskanzler persönlich für die Katastrophe verantwortlich. Seine Worte dazu, wenige Tage danach im Nationalrat, hängen ihm bis heute nach. Verlangen Sie nichts vom Parlament und von der Regierung, was den Opfern und den Schuldigen an den Unglückstagen gegenüber milder erscheint, aber grausam wäre gegenüber der verwundeten Republik. So steht neben dem Schilling-Prelat auch der Blut-Prelat, der Prelat ohne Gnad oder eben der Prelat ohne Milde. Doch sogar als Hauptperson auf der brutal turbulenten innenpolitischen Szene dieser Tage findet Igna Zeipel jeden Abend die Zeit für sein Tagebuch. Die Absicht dahinter hält er selbst in seinem ersten Eintrag am 19. Februar 1916 fest. Bisher habe ich nie ein Tagebuch geführt. Ich fürchtete mich vor dem Zwang, es fortführen zu müssen, wenn ich einmal eines angefangen hätte. Noch mehr fürchtete ich, es würde bei meiner Neigung zur Selbstbespiegelung viel Unwahres und Unechtes enthalten. Nun will ich aber doch den Versuch wagen. Vielleicht hilft mir das Tagebuch zu einer besseren Selbstkontrolle und damit zu einer gewissenhafteren Ausnützung der Zeit. Und so notiert er in seiner Zeit als Bundeskanzler als Bilanz für das Jahr 1928 zelebriert 367, Trauungen 9, Taufen 3, Beichten 46, Pontifikalämter 3, Pontifikalsegen 14, Fahnenwein und ähnliche Funktionen 24, Reden 229, Reisen außerhalb Wien 44, Krankheitshalber zu Hause geblieben 8 Tage. Priester in der Politik, genauer gesagt römisch-katholische Priester in der Politik, waren damals eine Selbstverständlichkeit. Johann Nepomukhauser war 19 Jahre lang Landeshauptmann von Oberösterreich und Michael Paulitsch war bis 1934 Abgeordneter zum Nationalrat, um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. Ignaz Seipel ist von 1921 bis 1930 Obmann der christlich-sozialen Partei, aus der nach 1945 die österreichische Volkspartei hervorgehen sollte. Ein zumindest offizielles Ende findet die enge Bindung der katholischen Kirche an eine Partei erst 1952 mit dem viel zitierten Maria-Zeller-Manifest. Das Maria-Zeller-Manifest 1952, eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft, wo sehr klar festgehalten wird, dass die Kirche willens ist, mit unterschiedlichen Parteien, wenn diese gemeinsamen Interessen vertreten, zu sprechen und auch zu kooperieren. Aber das hat dann inhaltliche Positionen und die müssen dann entlang der Normen, die uns in unserer Tradition vorliegen, durchdiskutiert werden. Regina Pollack forscht und lehrt an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Damit sei aber keine Äquidistanz gemeint. Also das Wort Äquidistanz ist eigentlich nicht passend, weil hier quasi so eine Neutralität oder ein gleicher Abstand zu allen Parteien formuliert wird. Und das trifft so nicht zu, sondern das Kriterium sind quasi die auf Normen beruhenden Interessen, die jetzt die Kirche oder die Katholiken und Katholikinnen haben und wo sie dann natürlich schauen, wo gibt es jetzt Parteien, die diese Interessen auch vertreten und mit denen kann man dann sprechen. Politisches Engagement ist für Katholikinnen und Katholiken an sich eine bleibende Verpflichtung. Bei Amtsträgern, wie Prelat Seipel einer war, sieht Regina Pollack aber eine fatale Verwechslungsgefahr. Ja, weil in meinem Verständnis der christliche Glaube zwar politisch insofern ist, als er mitverantwortlich ist für eine gerechte Gestaltung der Gesellschaft, aber sobald man eine parteipolitische Funktion hat, muss man auch deren parteipolitische Interessen vertreten. Und das erweckt quasi dann durch das Amt den Eindruck, als wäre quasi eine bestimmte parteipolitische Position ident mit den politischen Positionen der Heiligen Schrift und der katholischen Tradition und das ist so nicht. Die Tagebücher gewähren jetzt Einblick in das Seelenleben von Prelat Ignaz Seipel. Bisher sind sie höchstens auszugsweise und antiquarisch zugänglich. In einer unmittelbar nach Seipels Tod erschienenen Biografie, verfasst von seinem langjährigen Wegbegleiter Rudolf Blümel, ebenfalls ein Priester. An der katholisch-theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz steht jetzt ihre wissenschaftliche Edition vor der Finalisierung. Der Termin der Veröffentlichung in Buchform steht allerdings noch nicht fest. 2.400 Seiten in 13 kleinen Taschenkalendern mussten dafür zuerst einmal aus der alten Korrentschrift transkribiert werden. Und weil Seipel schwerpunktmäßig seine Begegnungen notiert, waren mehr als 4.000 Personen zu identifizieren. Nicht immer sind die Personen klar zuortbar. Verwendet oft nur die Nachnamen Schmidt, Bata Schmidt, Dr. Schmidt. Das ist also die Aufgabe im Zuge dieser wissenschaftlichen Edition, diese Namen in den zeitlichen kirchlichen Kontext einzuordnen. Und in 90 Prozent der Fälle sei dies auch gelungen, sagt die Projektleiterin Michaela Sohn-Kronthaler. Manchmal sind die Namen klar zuortbar. Biefel, das ist klar, das ist der Wiener Kardinal, eine kongeniale Persönlichkeit, mit der er Zeit seines Lebens verbunden war. Und Seipel und Biefel gehören ja zu den großen bedeutenden Persönlichkeiten in der Zwischenkriegszeit der österreichischen Kirche. Der enge Kontakt zum Wiener Erzbischof zeigt sich im Tagebuch nicht nur in der Anzahl der Erwähnungen. Zum Beispiel, bevor es zu Koalitionsverhandlungen kommt, geht Seipel zu Biefel. Sagt der Theologe Markus Zimmermann, der seit Jahren mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Tagebücher beschäftigt ist. Es steht nicht da, was ich besprochen habe, und dann sofort Koalitionsverhandlungen mit den Großdeutschen, mit den Sozialdemokraten. Also es gibt da schon einen sehr regen Austausch. Aber es bleibt bei Andeutungen, die wohl in erster Linie Ansatzpunkte für weitere Forschungstätigkeit sein werden. Wenig Aufschluss gibt das Tagebuch über Seipels Haltung zum Antisemitismus, der in seiner Partei damals ausgesprochen virulent gewesen ist. Das Tagebuch belegt aber immerhin rege Kontakte zu Jüdinnen und Juden. Und ganz normal. Also da hat es nichts gegeben. Das ist von Psychologen, Frenkel zum Beispiel oder so. Also das hat ihn nicht veranlasst, jetzt irgendwie solche Personen zu meiden oder irgendetwas. Kein anderer Bundeskanzler konnte sich in den turbulenten Tagen der Ersten Republik so lange im Amt halten wie er. Vom 31. Mai 1922 bis 20. November 1924 und noch einmal vom 20. Oktober 1926 bis zum 4. Mai 1929. Also insgesamt ziemlich genau fünf Jahre lang. Ein römisch-katholischer Priester und Professor für Moraltheologie mit dem persönlichen Ehrentitel eines Prelaten. Verboten war das im Grunde auch damals. Schon das kirchliche Gesetzbuch von 1917 untersagt es, Klerikern, also Priestern und Bischöfen ausdrücklich, Ämter anzunehmen, die eine Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt mit sich bringen. Allerdings erteilten die zuständigen Bischöfe damals großzügige Ausnahmegenehmigungen. Und so wurde Prelat Ignaz Seipel schon 1918 Minister für soziale Fürsorge in der letzten Regierung unter Kaiser Karl. Und dann 1930 noch Außenminister. 1919, 1920 gehörte er der konstituierenden Nationalversammlung an. Danach war er bis zu seinem Tod Abgeordneter zum Nationalrat. Gleichzeitig leitete er aber auch die Schwesterngemeinschaft Caritas Sozialis, gegründet von Hildegard Burian, damals oft Seipelschwestern genannt. Außerdem ist er Superior, der Dienerinnen des heiligsten Herzen Jesu, im Herz-Jesu-Spital im dritten Wiener Gemeindebezirk. Und dort, in der Keinergasse, hat er auch gewohnt. Und dort zelebriert er nach Möglichkeit auch jeden Tag um sieben Uhr früh die Heilige Messe, wie er penibel in seinem Tagebuch notiert. Nach dem Justizpalast Brand beginnt der Priesterpolitiker verstärkt, seine Doppelrolle zu reflektieren, wie sein Tagebuch belegt. Ganz genau. Und das in zweierlei Hinsicht, nämlich quantitativ und qualitativ. Also quantitativ in der Fülle dieser Reflexionen über sein Priestersein, also wirklich in der Menge des Geschriebenen und qualitativ auch in der Dichte. Sagt der Theologe Markus Zimmermann. Der Bundeskanzler zieht sich im August 1927 für eine Zeit der Besinnung zurück, wie es für jeden Priester Vorschrift ist. Er geht auf Exerzitien. Die dürften schon länger ausgemacht sein, also das ist jetzt nicht die Reaktion, wie man erwartet, auf dieses schreckliche Ereignis. Und ausgehend von diesen Exerzitien beginnt schon während der Exerzitien eine sehr ausführliche Reflexion. Und vielleicht kann man auch von einer Identitätskrise sprechen. Wie kann dieses Geschäft der Politik Hand in Hand gehen mit seinem Priestersein? Und sein Priestersein ist ja durchaus ein Habitus, also im mehrfachen Sinne. Also nicht nur ein anerzogener Habitus, sondern er sieht sich existenziell als Priester. Wie steht es mit meinem Priestertum? Was war ich alles? Was bin ich? Welche Ämter suchte oder miete ich? Welche priesterlichen Funktionen übe ich aus? Welche nicht? Wie benütze ich die Gelegenheiten, die sich von selbst aufdrängen, auf die Seelen, für Gott, für die Kirche zu wirken? Notiert Seipel am 9. August 1927 in sein Tagebuch. Trage ich eine Schuld, dass sich mein Leben von der Seelsorge wegentwickelt hat? Ist, was ich in meinem Leben erfahre an Gutem und Bösem und namentlich Ruhm und Schein, eine Strafe für eine solche Schuld? Und am 11. August schreibt Seipel Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich gewisse Menschen ohne Grund, wegen ihrer allgemeinen Einstellung, zur Massa damnata rechne, ohne irgendwie an ihre Bekehrung zu denken und dafür etwas zu tun. Politik und Seelsorge. Beten für die Sozialdemokraten. Nicht nur verschleiert für Freunde und Feinde, nicht nur für die Verführten, sondern für die Verführenden. Nach dem Justizpalast Brandt kommt zum ersten Mal auch Kritik aus den eigenen Reihen, von der Jugendbewegung Neuland und von ihrem Mitbegründer Michael Pfliegler. Starke Kritik an meiner Politik. Was kann ich tun? Losgehen? Ignorieren? Besser? Ernstlich studieren und auseinandersetzen? Ich will von nun an nicht nur Lobesartikel sammeln, sondern die kritischen Stimmen. Die Schuld, dass im eigenen Lager solche Widersprüche laut werden, gerade in einem Zeitpunkt, in dem alle Kräfte konzentriert sein sollten, die habe ich selbst. Ich habe bisher die Suchenden nicht aufzuklären gesucht, aus Zeitmangel zurückgestoßen, selbst in den Tag hineingelebt, ohne Überprüfung der Grundsätze. Und wo sie mir klar waren, mich mit ein paar Andeutungen begnügt. Es war in all dem viel Bequemlichkeit und Führerdünkel. Doch Kritik kann Seipel nicht mehr erschüttern, sagt der Theologe Markus Zimmermann. Was ihn, glaube ich, schon erschüttert hat, ist diese Austrittswelle, die auch medial befeuert wurde, wo es gegen die sogenannte Seipel-Kirche ging. Und da haben wir diese Verbindung. Also Seipel wird nicht als Politiker angegriffen, sondern er wird mit der Kirche gleichgesetzt und das muss dann gegen die Seipel-Kirche gehen. Und da, das ist ein Schlag in sein Verständnis von Priester sein und Kirche, wie er sie versteht. Und so notierte er am 11. September 1927 nur ein paar Schlagworte. Frage, ob ich die Abfallhetze wegen meiner Person nicht doch ernster nehmen sollte. Wen fragen? Wirkung? Politisch und kirchlich? Ignaz Seipel Stammt aus eher bescheidenen Verhältnissen. Geboren wird er am 19. Juli 1876 in Wien. Drei Geschwister sterben früh, seine Mutter verliert er im Alter von drei Jahren. Sein Vater arbeitet zumindest eine Zeit lang als Fiaker, was Seipel später gerne anführt, wenn er als Kanzler die Staatskutsche zu lenken hat. Seine akademische Karriere beginnt er an der Universität Wien beim Moraltheologen Franz Martin Schindler, eine der prägenden Gestalten der frühen christlich-sozialen Bewegung. Schon vor seinem 40. Geburtstag wird bei Seipel Diabetes diagnostiziert. In seinem Tagebuch berichtet er immer wieder vom typisch quälenden Durst. Wieder viele Diabetes-Symptome und Gefühl des Krankseins. Habe Obst, Milch und Butter aufgegeben. Und immer wieder notiert er Vorwürfe gegen sich selbst. Umgang mit Menschen, Nervosität und Ungeduld noch immer sehr stark. Arbeit, Diät, Beurteilung meiner selbst, Empfindlichkeit, Geschwätzigkeit, Eitelkeit. Immer wieder geht es dabei um Selbstkontrolle. Wie könnte ich mehr Zeit zur Verfügung haben? Mittagsruhe, Dauer der Essenszeit, der Zeitungslektüre und so weiter. Früh aufstehen, überflüssiges Plaudern, bei Besuchen. Am 1. Juni 1924 wird ein Attentat auf Seipel verübt. Das Projektil bleibt in der Lunge stecken und kann nicht mehr entfernt werden. Am 2. November 1927 notiert er in sein Tagebuch Warum arbeite ich eigentlich? Aus Zwang, weil ich mich der Arbeit nicht erwehren kann. Aus Gewohnheit, vor allem aber aus Eitelkeit. Wo ich durchschlüpfen kann, schlüpfe ich durch. Mittagspause, Abendstunde. Eine wirklich erkannte und anerkannte Pflicht erfüllt man anders. Mein Verhalten ist sehr töricht. Ich trage den ganzen Druck der Arbeit, ohne mir ihr Verdienst zu sichern. 1930 wird auch noch Tuberkulose bei ihm diagnostiziert. Bald kann er die Messe nur noch sitzend zelebrieren. Vormittags per Auto in der Keinergasse. Abschied von den Müttern. Unerhört schwach und angegriffen. Körpergewicht 58,8 Kilogramm. Die letzten Wochen seines Lebens verbringt er im Sanatorium Wiener Wald. im Piesting-Tal. Neun Tage vor seinem Tod, am 2. August 1932, dann der letzte Eintrag in sein Tagebuch. Nicht zelebriert. Nachmittags, Dr. Kraus. Ein Besuch. Am 30. November 1933 beschließt die katholische Bischofskonferenz den Rückzug aller Priester aus der Politik. Innerhalb von 14 Tagen müssen sie ihre Mandate zurücklegen. Über die Motive für diesen Schritt wird bis heute spekuliert. Mit dem neuen Konkordat steht das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche in Österreich wieder auf einem völkerrechtlich abgesicherten Fundament. Die Kirche braucht also keine Priester mehr, die ihre Interessen in der Politik vertreten. Den Rückzug der Priester aus politischen Ämtern hat seither niemand in Frage gestellt. Mehr oder minder vorsichtige Annäherungsversuche von katholischer Kirche und verschiedenen Parteien hat es immer wieder gegeben. In jüngerer Vergangenheit dass sich das etwas komplexer darstellt, weil was dort quasi gekappert oder gehijackt wurde von Seiten der Politik ist der religiöse Narrativ oder der Verweis eben auf die christlichen Werte. Das ist ja eine Kategorie, die quasi kein Patent hat. Das kann jeder von sich behaupten. Während gleichzeitig die Kooperation mit den real existierenden kirchlichen Akteuren deutlich zurückgegangen ist. Die Politologin Siglinde Rosenberger habe diesen Prozess des High-Checking besonders deutlich herausgearbeitet. Und das funktioniert unter anderem deswegen auch so gut, weil wir ja gleichzeitig auf der Ebene der Bevölkerung einen Rückgang an subjektiver Religiosität haben. Also man kann von einer Art entbetteten Religiosität sprechen, kulturell entbetteten Religiosität, die quasi frei flottiert. In Österreich ist das nach wie vor immer noch sehr kulturchristlich-kulturkatholisch geprägt. Und da hat es natürlich eine Politik mit Menschen, die jetzt nicht eingebettet sind in eine konkrete gemeindliche Praxis, wesentlich leichter, wenn sie quasi auf diese Narrative sich bezieht, weil die sind ja noch nicht verschwunden. Im vergangenen Jahr 2022 wären eigentlich zwei Seipel-Jahrestage zu begehen gewesen. Am 31. Mai jährte sich der Beginn seiner ersten Kanzlerschaft zum hundertsten Mal. Und der 2. August 2022 war es ein 90. Todestag. Beides wurde öffentlich kaum wahrgenommen. Mir kommt das ein bisschen vor wie der österreichische Umgang mit Erinnerungen. Also alles, was irgendwie ein bisschen unangenehm, schmerzhaft und peinlich ist in politischen Belangen, beschweigt man lieber, als sich damit bewusst auseinanderzusetzen und dann auch die Stärken und die Schwächen und die Learning Outcomes quasi zu identifizieren und quasi das, was gut ist, zu behalten und das, was nicht so gut war, als Lernfeld zu betrachten, um es nicht wiederholen zu müssen. In der Reihe Logos, Glauben und Zweifeln hörten sie Ein Priester als Bundeskanzler Der lange Schatten von Prilat Ignaz Seipel Gestaltung Markus Feinfurter Die Zitate aus dem Tagebuch hat Johannes Kaup gelesen. In der kommenden Woche ist an dieser Stelle in der Logos-Reihe Was glauben Sie, der Literatur- und Religionswissenschaftler Martin Kämpchen zu hören. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Programm von Österreich 1. Dann bin ich aber auch ein Alan 담st du Ich ba ringete mich, wer f pop-up обрат. Und dann sieht Ihr auch wieder